Vrishasana ist der Stier. Vrisha heißt der Stier, Asana die Stellung. Garota schreibt in seiner Enzyklopädie of Traditional Asanas, bringe einen Fuß unter den Anus und bringe das andere Bein neben die Hüfte. Dieses Vrishasana, der Stier. Eine Stellung, die man in einigen der klassischen Hatha-Yoga-Schriften findet. Vrishasana kann helfen, das Prana vom Muladhara-Chakra in die Sushumna zu bringen und von hier durch die Sushumna nach oben. Die Stellung kannst du auch üben, wenn dir zum Beispiel Siddhasana schwerfällt und du den Vorteil haben willst, der Verse am Perineum und damit unter dem Kanda-Punkt. Vrishasana ist aber auch häufig, wenn du im Internet surfst, einfach eine fehlerhafte Schreibweise für Vrishasana, nämlich für den Baum und wird dann einfach, man findet Vrishasana und sieht dann die Abbildungen des Baumes. Aber Vrishasana ist der Stier. Eine Übung zur Erhöhung der Vitalkraft. Vrishasana, der Ruf Because of a Kindergleichbar